Ich begrüße Sie zu den Walliser Nachrichten hier auf Tele-Ober-Wallis am Freitag, dem 6. Juni. Mit diesen Schlagzeilen schliessen wir diese Woche ab. Rücktritt vom Bundesrat Hans-Rudolf Merz, weniger Arbeitslose im Kanton Wallis und Käufangebote für den Aluminiumkonzern Alkan. Schön habt ihr eingeschaltet. Der Bundesrat Hans-Rudolf Merz tritt noch 14 Jahre in den Bundesbehren auf den Oktober zurück. Vor sieben Jahren kam er in die Landesregierung gewählt. Über eine Demission hat man schon länger spekuliert. Ich habe immer erwartet, dass nach dem Rückblick des Löwenberger der Bundesrat Merz quasi die Mühe zurücktreten muss, aufgrund der Ersatzwahlen, die es geben wird, und dass die Chance für die FDP viel grösser ist, dass sie bald durch Menschen zusammen mit der SPD ein Becken machen können. Der Finanzminister war an diversen Geschichten angeschlagen und könnte für die FDP darum zur Hypothek binnen Parlamentswahlen im nächsten Jahr werden. Der Mann hat so viel falsch gemacht. Er ist einfach nicht mehr glaubwürdig. Dann schießt man einfach nicht auf den guten Merz, weil er sich ja selbst abschiesst. Aber für die FDP ist das natürlich nicht gut, sondern ein Bundesrat. Man geht davon aus, dass die SVP und die Grünen jetzt ihren Anspruch auf den Freisitz erheben. Das ganze Prozedere bleibt aber unberechenbar. Was mich jetzt ein bisschen überrascht, dass er natürlich schon im Oktober zurücktreten würde. Und dann natürlich in zwei Sessionen Bundesratswahlen. Ich hätte viel erwartet, dass er zurücktreten würde wie der Bundesrat, der Leuenberger, dass man das in einer Session hätte erledigen können. Im Juli ist die Arbeitslosenquote im Wallis von 3,6% auf 3,3% gesunken und liegt damit unter dem Schweizer Mittelwert. In den regionalen Arbeitszentren waren im Ganzen nur 4,487 Personen gemeldet. Das sind 491 weniger als noch Ende Juni. Auch die Kurzarbeit und die Anzahl der Langzeitarbeitslosen haben weiter abgenommen. Vor allem der Arbeitslosenrückgang im Baugewerb begünstigt die Entwicklung. Auch der Saisonalrückgang im Gastgewerb führt zu diesem guten Ergebnis. Den einzigen Anstieg verzeichnet man bei den Arbeitslosenstudenten und Lehrlingen. Die Entwicklung ist aber normal, weil auf den Sommer viele ihre Ausbildung abgeschlossen haben und darum auf Jobsüge sind. Die Zermatt hatte im Monat Juni 11% mehr Logiernächte. Japanische Gäste hatte es 29% mehr und Gäste aus den USA hatte es 44% mehr. Auch Schweizer Gäste haben mehr im Matterhornedorf losgiert, nämlich 5% mehr. Mit diesen Zahlen hat jeder dritte Gast im Wallis das Zermatt übernachtet. Im Gegensatz zu diesen Zünahmen hatte es wegen dem starken Franken 13% weniger Titschigäste. Für den Monat Juli rechnet die Tourismusorganisation in der Region mit rund 4% mehr Übernachtungen. Der Finanzinvestor Apollo hat, Jahre nachdem Rio Tinto Alkan gekauft hat, ein verbindliches Käufangebot für Alkan gemacht. Wie die Zeitung Le Nouvellis berichtet, wollen der amerikanische Finanzinvestor Apollo und FSI, ein französischer Anlagestrategiefonds, zusammen 61% von den Anteilen von Alkan Engineered Products übernehmen. Die 1000 Arbeitsplätze, Chipis und Stecken sind aber nicht in Gefahr. Bei Montana musste man einen Motorfahrer biesen, der mit einer Geschwindigkeit von 107 kmh unterwegs war. Auf diesem Abschnitt wäre ich nur 50 kmh erläubt. Dem 43-jährigen Portugies hat man den Fahrausweis auf der Stelle abgenommen. Die Kantonspolizei macht darauf aufmerksam, dass es in den letzten Tagen im Kanton immer wieder zu Törfunfällen kam, z.T. mit schweren Verletzungen. Darum will man vermehrt Kontrollen machen. Am Mittwochabend hat sich bei Chamaison eine 41-jährige Frau bei einem Autounfall verletzt. Die Kantonspolizei fuhr sie in einer Linkskurve gegen das Bord. Durch das ist das Auto gekippt und quer über die Strasse gerutscht. Die Feuerwehr musste die Frau aus dem Auto befreien. Man musste sie in eine Spitalfacette bringen. Ab 2012 ist der Stierkampf in Katalonien verboten. Jetzt will Wallis Tourismus spanische Touristen mit Kühenkämpfen ins Wallis locken, und zwar mit einer gezielten Werbekampagne in Spanien. Zu uns gesehen, die Kraft und die Beweglichkeit der Kühe seien vergleichbar mit den Stieren, sagt Urs Tenhäusern, Direktor von Wallis Tourismus. Weil man bis jetzt positive Reaktionen von Spanier auf dieses Projekt hat, will man den Kühenkampf im Wallis jetzt professionalisieren und zum internationalen Event vergrößern. Am Montag haben 56 neue Lernende in 11 verschiedenen Prüfen bei einer Lonsatz FISB ihre Ausbildung angefangen. Mit den neuen Lehrlingen bilden die Lonsatz zur Zeit 185 Lernende uns. Es ist Freitag und das Wochenende steht vor der Bord. Wisst ihr schon, was ihr Samstag oder Sonntag macht? Wenn nicht, dann helfen kann vielleicht die Wetterprognose weiter. Schauen wir doch zusammen an, was Petrus so für Pläne hat. Am Freitag hat sich das Wetter wieder von scheiner freindlicher Seite gezeigt. Trotzdem war der Himmel am Nachmittag nicht strahlend blau. Und die Touristen, die das Hibsbild vom Matterhorn machen wollten, haben die Wolken einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie wir hier auf der Wetterkammer auf Amgornergrat sehen. Sicht auf die Berge, die sollte es dann am Wochenende geben. Es gibt nämlich nur ein paar Quellwolken am blauen Himmel. Sonst gibt es aber viel Sonnenschein. Und das wirkt sich dann auch auf das Thermometer aus. Also steigen die Temperaturen im Talgrund bis auf 25 Grad. Im Goms gibt es 20 Grad. In der Aletsch-Region ist es mit 11 Grad nicht mehr wirklich sommerlich. In der Simplon-Region und im Saastal sind die Tageshegstwerte ein bisschen höher. Das Thermometer steigt hier nämlich auf 17 Grad. Im Leggetal und das Leikerbad gibt es am Samstag um die 19 Grad. Ein Blick vor uns zeigt, dass es mit dem sommerlichen Wetter, der euch anfangs nächste Woche weitergeht. Es gibt viel Sonnenschein und die Temperaturen steigen auf maximale 27 Grad am Montag. Auf den Dienstag sind wieder einzelne Regenwolken in Sicht und das Gewitterrisiko steigt. Eure Temperaturen gehen leicht zurück und zwar auf 25 Grad. Ich wünsche euch ein sonniges und erholsames Wochenende und weiterhin gute Unterhaltung mit Tele-Oberwallis. Die Walliser Nachrichten könnt ihr euch jederzeit im Internet anschauen und zwar auf der Seite raro.ch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020